So, der Markus ist wieder heil am Boden angekommen. Markus, wie war's? Ja, super. Also, es war ein Erlebnis, das kann ich jedem empfehlen. Es war echt sensationell. Was waren die schönsten Momente? Man hat euch so gesehen, Schrauben rollen, am Rücken pflegen. Was war so das Eindrücklichste? Ich kann es gar nicht sagen, weil da verliert man die Orientierung, wenn man da hinten aggt und nicht selber der Pilot ist. Und da kann man gar nicht sagen, wo jetzt was umgeht und wie er da was. Der ganze Flug war einfach super Erlebnis. Oh, das ist geil. Plut within vierten und vierte Schrauben zu sehen. Sonst kann man das noch stärker sein. Im Moment! Amen. Verworte ich ein und zwar. Ich hab die Führung. Ich hab die Führung. Ich hab das so ein bisschen mehr So, dann gleich. Danke. So, dann. Danke. Jetzt gibt's nur die Eier. Leid mal vor. Jetzt gibt's nur die Eier. Wir sehen uns beim nächsten Mal.